und ein herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen folge und runde von skarama bonuscode es tut mir leid dass es ein bisschen länger gedauert hat da der bonuscode noch schon ein bisschen länger da ist und ich jetzt erst dazu komme mein name ist chrissy und wir haben eine kurze folge skarama weg damit es sind die frochwochen genau die frostwochen es wird bitterkalt und zieht euch bitte warm an doppelt ep und doppelt aircash okay wir haben hier noch ein paar freundschaftsanfragen gehen nehmen wir mal kurz an gut auf jeden Fall willkommen zurück eine kurze schnelle folge gegen bonuscode der nämlich schon zum nikolaus erschienen ist ohlala also wir öffnen bonuscode und ich drück den jetzt ins bildschirm und zwar airplane wir haben 24 stunden wieder schneller fertig wir haben tausend fasche schere und 250 turbo treppstoff ein kleines nikolaus geschenk von bigbombs befunden wie immer im forum und gültig bis zum 12.12. hey also ihr habt noch ein paar tage zeit und damit er funktioniert gebe ich das kaffee ein und ich habe mich natürlich verschrieben so airplane erfolgreich f5 und damit haben wir turbo treibstoff haben wir passagiere und hier unten die schnelle abfertigung gut das schauen wir bei uns auf grad nochmal kurz an was ist das weg damit auf jeden fall haben wir hier kleinen moment ich mach mal kurz den bonuscode weg ich seht ihr sonst nix hier das ist der der bekommt heute anscheinend ein turbo nice gut ich bedanke mich aber fürs zuschauen sage tschau mit crystal p und haut rein tschau mit wow k und k k k k k k k k Untertitelung des ZDF für funk, 2017